Ich stehe in der Reise bevor unsere ersten eigenen Konzerte in Russland, das ist halt ungefähr so fett. Reise zum K.P. der guten Hoffnung beginnt. Yes. Um 5 Uhr. Es geht so wie es beheizt ist bis an. Ach Benni, im Kopf fängt es gesund werden. Erstmal ein bisschen aufwachen und dann gehts ab. Traumhaftes Wetter, 3 Stunden Zeitverschiebung jetzt gleich. Und dann sind wir schon da und dann spannende Reise. Auf jeden Fall voll Bock. Schau Leute. Hauptsache den Gitarren passiert nichts. Wir möchten ja die K.P. Family teilhaben lassen. Jetzt haben wir beide gerade ein schönes Frühstücksvideo gedreht. Er ist der King. King of Social Media. Das soll vor allem die Leute unterhalten und Spaß machen und ihnen den Weg zum Album 2014-2015 zeigen. Dafür hat er schlichte alle Infos. Dafür habe ich die schlichte Infos. Keep calm and wait for schlichte Infos. Jetzt gehe ich. Das ist geil oder? Noch heute kein Tageslicht. Everybody on board. Yeah. Mark. Okay. Ja voll Mann. Sehr viel Lust dieses Land zu sehen. Auch wenn es jetzt nur ganz kurz ist. Aber einfach neue Eindrücke sammeln und schöne Bilder finden. Wie weit uns diese Badge schon gebracht hat. Schon krass. Danke, dass ich in dieser Badge bin. Cheers. Das klingt schon gut an. Nee. Ich habe so ein bisschen voller Tröhe. Du bist hier ja, ich habe so ein bisschen voller Tröhe. Ja. Boah. Ich habe so ein bisschen voller Tröhe. Mein Name ist Marie. Schön, dass du dich zu sehen möchtest. Ich möchte dich verspielen, um mir am besten meine Lieblingssong zu singen. Welche? Es ist Marie. Also, es ist für dich? So, dann raus! Es geht zu dir! Hallo! 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 Das ist großartig! Das geht, Papi! Alter, hier sind halt einfach... Jetzt Leute, vorst du Telco, ich pack's einfach nicht. Die halt... Eine weint halt, weil... Das ist halt krass, oder? Also... Ja... Hier war es einfach. Hier ist das bestimmt. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Das war kein Traum. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Das ist voll sicher. Das ist voll sicher. Der Name, das steht euch im Weg, das ist das Problem. Was eben ist? Der Killer Beats. Klaro, dann haben wir auch noch die ausländischen Leute dabei. Der Killer Beats. Der Killer Mushrooms. Der Album. Der Album. Der Album. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Channel und zwar genau hier. Liken könnt ihr. Hier. Genau. Das ist der Bescheid. So machen wir das. Tschüss. Abonnieren. Kommentieren. Liken.